ja halli hallo willkommen zurück zu minecraft ich weiß nicht was wir vor hatten aber wir kam irgendwie zurück und dann kürbisse sind irgendwie sieht es nicht so gut aus aber ich hoffe da wächst trotzdem was werden wir sehen wir können ja ja diese große baum nervt ok die kühe da ist wieder einiges gewachsen sehe ich das ist schön das ist schön aber wir haben noch die hühner fütter ich jetzt erstmal erstmal die hühner füttern in meiner lege batterie die werde ich auch die lege batterie werde ich bei gelegenheit nach draußen verlegen hallo ihr hühnchen kein bock auf sex kein bock auf sex warum nicht erstzeit schon also mit hühnern habe ich glaube ich ja das meiste problem konnte meine essenskiste was da noch was übrig war steck einiges übrig eier und zucker und dann kann ich mir irgendwann kürbiskuchen machen wenn die kürbisse wachsen ja was hatte ich denn vor ich habe keine ahnung aber irgendwie sollte ich wahrscheinlich wieder mal eine höhle gehen aber nicht bevor das hier nicht gewachsen ist es kommt voran macht sich langsam ich glaube ich werde jetzt erst mal noch die kürbischen paaren wie kommen die da raus keine möglichkeit rauszukommen außer sich raus zu backen irgendwie und schon die zweite kuh jetzt ich weiß nicht was denn los ist tschüss ey du hast auch noch meine ernte zerstört oh scheiß kuh amen ich werde jetzt trotzdem mal wollte eh durchgehen so zumindest Karotten brauche ich im moment nicht das einzige was ich brauche ist hier die Weizen Karotten kann man sie noch ein bisschen sparen esse ich eh nicht ich weiß gar nicht warum ich die anpflanze aber was man hat das hat man pflanzt es doch mal irgendwer dir irgendwie mir ein Creeper hier auf dem Feld explodiert oder drei oder vier und alles komplett wegnehmen bis dahin sollte ich aber auch äh mal eine automatische Erfahrung gebaut haben so anlässig zack äh noch drüber laufen die Samen natürlich einsammeln so wie gesagt das lassen wir jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genügend da ist noch was drin genügend Weizen damit ich nochmal ein paar Kühe machen kann damit ich die endlich mal abschlachten wenn hier das große Schlachten ist Leute da freue ich mich ja schon drauf das gibt ordentlich Level und ordentlich Fleisch schau dir mal das an das sind mindestens ein das sind mindestens zwei Stacks Fleisch hier da rumlaufen hoffentlich oh ja zwei Stacks Fleisch ich bin schon ein Tierliebhaber ne ich sollte mal zu meinen Hühnern schauen die sind sicher wieder ralig jetzt mittlerweile weil ich mich nicht ausgelockt bin bin gleich wieder rein naja nicht gleich wieder rein zwischendurch halt ja seit der letzten Aufnahme Session nennt man das so? Session? ok bin ich halt ausgelockt gewesen und deshalb waren die Hühner wahrscheinlich nicht ralig deshalb machen wir gleich mal schauen wir gleich mal nach bitte 20 übrig vielleicht geht's dem ja jetzt besser ich hoffe einfach mal zack zack immer schön vorsichtig sein ja 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 eins ist noch übrig aber ich hab doch vier Hühner drin oder? ah vielleicht ist eins und nicht erwachsen ich schau mal kurz rein vielleicht gibt's ja auch Eier ein Ei immerhin bin stolz auf euch das wird noch was jetzt so langsam geht's dann geht's der Hühnerfarm auch besser seit ich hier ein zweites Huhn drin hab läuft die Sache ja dann würd ich sagen gehen wir mal zu den Kühen rein schauen was die so tun was treibt die denn so können sie mal weggehen bitte ich hab hier wichtiges zu tun zum Beispiel das hier ja das macht doch Spaß gleich ein ganzes Deck wieder verballert hier ne noch nicht ganz wenn es mal so weit ist wenn ich mit einem halt durchlaufen ein ganzes Deck verballert oh je oh je habt ihr alle schon? die haben wir alle schon die haben wir alle schon ok dann oh Gott sind das viele kleine Kühe oh je schaut euch das also da kommt einiges klar sobald die ausgewachsen sind wird geschlachtet ist sowas von werden alle ja abgeschlachtet Körbisse wachsen noch keine ne alter wie viele Kühe ich brauche hier nur noch Schweine drin und Schafe dann bräuchte ich ein extra Gehege zieht euch rein das macht mich glücklich ne ja das wächst auch ganz langsam weiß nicht ob ich dann noch eine Reihe hinziehen soll vielleicht geht´s dann schneller irgendwie hm 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 ja es wird schon wieder dunkel ein Zuckerrohr nemen wir kann´ mal mit weiß nicht warum ich das mit der Hake mache mit der hey oder mit der Hake wie normale Leute sagen zu viel abgerissen also mit dem ganzen Leder was jetzt schon haben ist der Verzauberungstisch nicht mehr weil die Pornow noch Obsidian jemanden habe ich ja schon aha ist die ich glaube die Texturen sind hier auch falsch aber soll mir egal sein solange die Kürbisse wachsen ist alles gut so ja schon über ein Stack ich habe hier noch Walzen naja das ist schön das ist schön, da muss ich mich gerade mal in der Nase kratzen das ist wunderbar meine schöne kleine Farm und langsam könnten wir eigentlich mal Holz haben wir noch einiges ne einmal in der Holzkiste einiges an Holz ich würde sagen wir machen uns langsam mal dran vielleicht mal noch ein paar Oaks Saplings hoffe einfach mal dass sie nicht groß wachsen werden zuerst holzen wir das hier noch ab oh die Birke ist gewachsen schönes Ding ich glaube ich baue mir so einen mega hässlichen Turm weiß ich noch nicht aber wird schon fünf Ecke gar hässlicher Turm weil ich jetzt einfach eine Stufe reingehen wollte ich habe es noch nicht gebaut wird wahrscheinlich scheiße aussehen oder ich baue was anderes ich hatte mal so einen Plan ich glaube das ist besser ich glaube dass es besser ist wenn ich das auf die andere Art mache aber lasst euch überraschen aber dafür brauchen wir jetzt noch einiges an Holz dafür brauchen wir noch einiges an Holz was kann denn hier hin müssen wir gleich mal schauen ich verspreche euch es wird wunderbar muss ich noch genau überlegen wie ich das mal am besten sollte es mir vorbauen aber darauf habe ich keinen Bock deshalb lasse ich es deshalb hole ich mir jetzt hier noch das bisschen Holz was hier übrig ist wollen wir zwischendurch was essen genug zu essen haben wir jetzt ja auf jeden Fall die Birke nehmen wir natürlich auch mit weil ich brauche die Birken ist jetzt Länge die brauche ich weil ich wäre auch mal anderes Holz haben das Browswood nehmen wir auch mit ey wenn wir jetzt genügend Holz fahren wenn wir jetzt nicht könnten könnten wir jetzt den Baum da holen komm machen wir ein Blatt versuchen wir es einfach mal soweit es geht den Baum hier okay das war es schon geben wir noch zwei hoch versuchen wir von hier auf Leute wie hoch ist der Baum denn ja also ich beende an dieser Stelle die Folge ich hoffe es hat euch gefallen lasst doch einfach ein Like da wenn es euch gefallen hat abonnieren nicht vergessen teilt das Video mit euren Freunden wenn wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dahin wie geht es mir und die drohe es Untertitelung des ZDF, 2020